Ich saß 10 Minuten im Whirlpool und konnte alles sehen, was ihr gemacht habt. Einer stand sogar direkt vor mir und hat mich nicht gesehen. Wahrscheinlich ich, oder? Ja, du hast den Bambus gepflanzt. Nee, das war ich. Achso. Ja, weißt du auch? Du guckst mich direkt an. Nein, ich hab dich nicht angeguckt. Egal. Aber einer hat so auf der gegenüberliegenden Seite aus dem Fenster geschaut. An der Terrasse. Wer war denn das? Terrasse? Welche Terrasse? Ich glaub, das war Nico, glaub ich. Ich? Nico, vor allen Dingen. Ich bin unter Tage. Ich hab keine Ahnung, einer von euch. Ich bin unter Tage, ne? Boah, Alter, dein Ernst, Nils, musst du wirklich grieven, dein Ernst. Du bist echt behindert. Du hast Glas abgebaut, du Spass. Welches Glas? Das war schon. Hier hab ich kein Glas abgebaut. Boah, ey, John, ey, jetzt hängst du schon an, hier irgendwelche Leute zu beleidigen. Ehrenhafte Menschen. Gell? Also bitte. Also nicht Nils, aber jemand anderes. Oh, scheiße, that n is a bitch. Sorry. That n is a bitch. That n is a bitch. Lass die mal klatschen. Schmeiß mal mit Gift drängen. Umdeponieren. Kurz strecken. Okay. Das war's mit der Witch. Okay. Gut. Alex, wo hast du mein Zeug eigentlich hingepackt? In den Turm. Das ist wahrscheinlich schon alles, die spawnt. In den Turm. Du Idiot. Ich hab's gesagt, geh in den Turm, da schmeißt du sie hin. Du hast gesagt. Ja, ich hab's dir schon wiedergegeben. Du musst nur intelligent sein und wissen, wo es ist. Und weiter hast du nichts gesagt. Ich hab schon mal, ich hab nur erwähnt, dass es zufällig in den Turm reingeworfen hat. Und da musst du es dir holen. Also aufpassen ist auch mal was Schönes. Ihr habt ne Aufnahme, Kollege? Ich kann es beweisen. Ich spieg dir die Sound voll, wenn du willst. Wacht das. War das Eichenlaub, was da bei Kubi war? Ja. Glaube. Okay. Dann geh ich mal ganz kurz da hoch und pflanze mal ein bisschen Eichenlaub. Ah, Eichenlaub. Geh, Kalle. Aua. Wegen dir, du Spast. Pff. Hahaha. Ach so, das hast du ja schon gemacht. Ja, natürlich. Um was geht's? So, super. Ähm, Nils, wo bist denn du jetzt? Grün, graue Streifen. Leifter Pullover. Ähm, Nils, du kannst, wenn du so weitermachst, bald ein einziger Leben anfangen. Ich glaub, du bist bei jedem unbeliebt. Ich geh bald eh zu Blacky, das bockt sich hier nicht. Okay, tschüss. Okay, bei Blacky machst du dich dann wahrscheinlich auch schlecht mit deinem ganzen Batman und so weiter, weil Blacky ist sehr leicht reizbar. Das wissen nicht Andrado, das wissen wir beide, weil Magiker, ey. Da tut man nur ein bisschen irgendwie denselben Zauber 10.000 Mal spawnen, weil es dann ziemlich starker ist. Kannst du es nicht einsetzen? Und darf ihn nicht mehr einsetzen, weil, ja, das macht, dass der ganze Screen wackelt. Ganz ehrlich, das ist fucking Magiker. Ja, ich find's sowieso, manchmal ist Blacky wenig komisch. Beispielweise CSS, die Bots. Macht keinen Fun. Macht echt keinen Fun auf die Dauer. Die Begründung war ja mega geil, ne? Ja, man braucht halt geile KDs, sonst ist das scheiße. Ich glaub, Blacky traut sich einfach noch nicht, gegen andere Spieler zu spielen. Mein Gott, könnt ihr mal aufhören, die ganze Zeit über andere Leute herzuziehen. Boah, Nils ist voll scheiße. Boah, Nils ist so mega, ey, ey. Das ist ja so mega, ey. Er ist da, oder er tut die ganze Zeit nur scheiße machen. Boah, er ist ein richtiger Hurensohn, ey. What the fuck, John. Aber das mit den Bots hab ich ihm schon gesagt, ne? What the fuck, John. Könnt's sein, dass auch die Erfolge wahrscheinlich resettet wurden. What the fuck, John. Hast du jetzt nicht gemacht, oder, den Erfolg? Doch, klar. Alter, John, bist du voll Pro geworden. Was? Uh, Pfeile! Wer ist da raus? Ich glaub, Nils. Nils! 23 Uhr Internetsperre. Wahrscheinlich kommt gleich Blacky und sagt so, Es ist voll unschön, dass er die ganze Zeit Nils irgendwie so disst. Ja, voll toll. Ich hab Nils gefunden. Ha! Ist Bonte ja wieder bei uns, oder? Der soll aufhören, dieses Loch immer wieder hinzumachen. Bonte jetzt nicht wieder bei uns? Was? Bonte jetzt nicht wieder bei uns? Nee, ich glaub, er ist ausm TS rübergegangen. Oder? Ja, und er hat's verschieden, da er versucht hat, wieder das Wolle... Nein, ich hab das Bett abgebaut. Ach, scheiße. Er hat das Todesloch wieder aufgebaut und es verdient nicht, da zu sein. Vor allem eine Frage, wieso hat... Nee, das ist Wolle. Okay, Glück gehabt, Kollege. Boah, halt die Fresse. Ich will sagen, dass sich jetzt dieses volle Kanne bei Laser beschwert über mich, weil ich ihn jetzt schon wieder getötet hab. Jan, Alter, du bist so eine Mongo. Du bist so ein Fortschritt. Ich bin so behindert. Boah, ey, übertreib's nicht. Alter, Jan, ey, du bist so ein Pro-Gamer, ey. Wie machst denn du das? Ich hab ihm alles wieder hingeworfen. Boah. Fang an zu ackern. Ey, Jan. Wie die Achievements heißt, what the fuck, der hat hier einfach mal eine Treppe ins Nix gebaut. Was geht mit dem? Jan, du bist so cool. Hin und wieder. Nils ist so ein großer Dummschwätzer, ey, hin und wieder. Ja, letzter weiter. Dummschwätzer von Herrn. Nee, das beste Beispiel ist hier. Sein Turm. Er hat eine Leiter nach oben. Die bringt was. Weiter, Dings. Äh, zweite Etage. Es ist eine Leiter, die führt gegen die Decke und eine Treppe, die führt ins Nix. Ja, das nennt ich fertig mit Bauen. Ah, er hat zur ersten Etagen noch zwei gesagt. Da ist eine Leiter und eine Treppe, die gegen die Decke führt. Das war mein Kommentar dazu. Meine ehrliche, liebliche Meinung. Wollen wir Alex eigentlich hinzufügen bei uns? In die Kruppe? Ja, muss halt danach die Nummer geben, ne? Kann er jetzt auch sagen. Nee. Nicht jetzt. Ich sag's euch jetzt nicht laut, weil sonst kriege ich fünfmal zusätzliche Leute, die mich einfach anrufen. Und so, ey, das ist die Leute hier, voll geil. Ich bin dein größter Fan. Also wirklich, wer will wir dich bitte anrufen. Okay. Moment, jetzt muss man eigentlich dieses... Sag weiter die Nummer. Eins, zwei, drei, vier, 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 sechs. Ich find's immer noch heftig, dass ich zwölf Schaden mach mit meinem Schwert. Ist es schon. Okay. Dieer Schwer, for the win. Ich muss jetzt warten, bis er zwölf Leben gerackt hat, dass ich ihn wieder einmal schlagen kann, weil ich weiß ja, wie viel Schaden ich mache. Boah. Boah. Du ernst. Was? Nichts 2,17? Alter, Kalle, ey. Du bist so... Du bist so ein Fanboy. Boah, ey. Noah, ich bin... Ich hab's einfach zur Zeit drauf. Ich bin zur Zeit einfach ein harter Ficker, ey. Nee, ich nicht. Hä, es geht hier um mich? Willst du hier meinen Ruhm klauen? Würden sie nicht machen. Nee, das wäre ja langweilig. Dann kann er uns ja gar nicht mehr treuern. Ah, bist du, Tuck, Tuck. Kill ihm. Kill ihn, Alex. Bitte, 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 mach. Kill ihm. Dann kannst du dein ganzes Zeug einfach in irgendeine Kiste, wenn ich eine finde, die voll ist. Oder leer ist, besser gesagt. Ah, die ist es. Eine, die voll leer ist. Ja, eine, die voll leer ist. Voll Laser. Voll Laser. Oh, ich hab den Sprit übergeben. Ich gebe ihm jetzt sogar noch Sachen, ey. Ich bin doch so nett. Ich hab mich selber zitiert. Kill ihm. Oh, Mann. Ah, hier ist noch Zeug, hier ist noch Zeug. Ich hab mir hier voll den Sprachfeder grad gehabt. Kill ihm. Auf jeden Fall jetzt mein Seelenfrieden wieder bestillt, denn mein ganzes Zeug hab ich wiederbekommen. Ey, ohne Witz, Alex, bitte kill ihn. Kill ihm. Kill ihm. Soll er abhauen, er soll abhauen, okay. Dann kommt aber hinter Laser wieder her und scheißt mich zusammen. Bitte kill ihm. Nein, komm, komm, lass. Bitte kill ihm. Sonst macht's ja gar keinen Spaß mehr. Ich würd ihm killen. Der arme ihm, ey, pass auf. Der weint so. Weißt du was, Jan? Masia. Weißt du was, Jan? Was denn? Kill dich jetzt. Warum? Mann, Spaß, ich bau jetzt hier einen Turm hin. Weißt du, ich mach jetzt einen, ich, ich mach jetzt einen über 1060 Hit. Heißt du, weil ich spring von oben auf ihn drauf und dreh mich in 1605 Millionen Grad. Das war mit 1605 Millionen Grad. 1605 Millionen Grad. Ja, ich bin noch voraus. Kalle, Kalle, Zitat, Kalle, Zitat, Kalle, Zitat. Kalle, Zitat. 1.56 Millionen. 1.56 Millionen. Schreib das aber bitte aus, als Zahl. Ja, hab ich. 1.605 Millionen Trilliarden Mal. Moment. 1.605 Millionen Mal. Da fehlt alles Mal. Grad hab ich geschrieben. Mann, ich dachte, ich dachte, du schreibst es aus, als Zahl. Ach so, na, ich hab's doch ausgeschrieben. Das ist, das so ist ausschreiben. Ja, ihr werdet lachen, aber 1000 wurde früher wirklich benutzt, um einfach Millionen zu sagen, bei 1000. Ich hab 1000 Tausender. Oder 1000 Tausend. Du willst dich verarschen, oder? Ich verarsche euch nicht, das ist wirklich so. Einfach mal so. Ich hab 1000 Millionen. Dies ist eine Milliarde. Geschichtsschicht. Was? Wirklich? Ist ja krass. Ja, ich frag mich auch, wieso man nicht einfach eine Milliarde gesagt hat früher. Diese Leute von früher immer. Weil die damals behindert waren. Ey, du bist so ein Babel, Alter. Die waren auch behindert zum Scheißen, Alter. Alter. Sagwala. 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 Ey, ich kauf dir gleich ein Brot, Alter. Wolltet ihr ja nicht machen. Einfach mal kurzerhand ins Minecraft abgeschmiert. Ohne vorher eine Anmeldung mit Java funktioniert nicht mehr. Auch mal was Neues. Hinterhältlich geworden heute, ne? Ja, das ist echt hinterhältlich heute. Ich glaub. Hinterhältlich. Hinterhältlich. Ich muss erst mal meine Ringe der Macht, mein Armband der Macht und so weiter anziehen, damit es irgendjemand sieht. Wenn du das aufschreibst, musst du das L doch mal groß machen. Penisringe, Penisringe der Macht. Die Penisringe der Macht, nein. The mighty Penis Ring. No. Yeah. Swag. Ich seh, was ihr alle schreddert ist. Nico, gerade so, alle sind still. Was sag ich jetzt? Yeah. Swag. Swag. Wie ist das mal ein bisschen in diese Auflösung? Boah, Alex, ey, Disconnection nicht immer gleich, wenn du dich aufschreibst. Yeah. Swag. Ich komme gerade nicht drauf klar. Wie war das nochmal? Oh, ich bin Nils. Leute, wie macht man nochmal einen Trichter? Eine Truhe und fünf Eisen. Was, eine Truhe und fünf Eisen? Keine Ahnung. Wie denn, fünf Eisen? Habe ich keinen Bogen mehr? Ähm, links. Also, die Truhe in die Mitte, ne? Ich habe keinen Bogen mehr, what the fuck? Äh, links, rechts, oben links, oben rechts und unter der Truhe machst du Eisen. Ahhh, danga. Bidda. 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 Yeah. Bwangi. Yeah. Yeah. Haftbefehlen. Hafti Bobby. der gute hafti der gute hafti so wallah halt ihr kollege ob und zu machen um ich hab jemand geilen reply gehört ich hab einfach ich nicht gesagt ich bin so mighty das ist so was weiß ich so starke rückantwort kann niemand geben nur du ist ja normal weil nur ich so mighty bin nur du und so epic mighty of questy loot boah alter karl ey warum machst du über scheißwitze heute ist ja echt schlimm mit dir ah der ist mal ein guter bogen der hat noch Biss ne heute ist echt der Wurm drin scheiße du bist richtig durch heute heute ist echt der Wurm drin heute heute hast du heute hast du genau so klang das gerade boah scheiße heute ist echt das Wurm ich würde sagen wir killen gleich nochmal Nils so in den letzten 20 Minuten der Aufnahme ha geil 300 bei Christus alter ich bin dafür dass es nicht ich bin der den kill weil sonst haut er ja ab da ist ja der Spaß weg ach ich mach das gerne gut da will ich aber dabei sein ich muss Kamera machen Kameramann Kameramann machen ich muss den Kameramann anmachen kann man mal machen Kameramann machen ist das so ne hundestellung so wo man pinkelt oder so ich will den Kameramann erst mal anmachen nein dein Ernst ich hab 33 Level alter sag walla du hast 33 Level walla ok ich glaub's dir jetzt aber erst boah ich muss jetzt Keys abfarmen aber so richtig auf die Hardcore Art und Weise also mit Schaufel? ja mit Schaufel und mit Turm von oben Hardcore also heißt wenn einer mit dem Bogen daherkommt ich muss sagen von oben sieht man im Festung eigentlich total Scheißhaus naja Dach offen aus Scheißhaus Scheißhaus Ja genau wie du Scheißhaus Scheißhaus Genau wie du Scheißhaus Ob ist denn da noch Licht? Ey Kubi wie wärs äh ach Kubi Jan wie wärs wenn wir da unser Zauertisch reinbauen Wo? Ja gute Idee Wo? 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 Wo lol? Weißt du wahrscheinlich dass wir erst noch ein paar Kühe fahren müssen Ja tschö mal deine Base Tschö 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 Wenn Nils jetzt wieder einen Galgen bauen will Brennst du ihn ab? Ich hab mein Feuerzeug immer noch griffbereit Und ich muss sagen die Minecraft-Hells haut von so weit oben echt geil aus Warum ist hier ein Cobblestone-Block drin? Warum? Weil äh Schön aussieht? Deine Mutter auf Crack war Ne ne Deswegen Nur deswegen Nein gar nicht Alter Nicom noch höher Ich hab mein Feuerzeug